Sie sind ein alter Mann, der noch in Begriffen wie Nationen und Völker denkt. Es gibt keine Nationen, es gibt keine Völker, es gibt keine Russen, es gibt keine Araber, es gibt keine dritte Welt, es gibt keinen Westen. Es gibt nur ein einziges, großes, holistisches System der Systeme. Ein riesiges, ungeheuer mächtiges, verflochtenes, sich gegenseitig beeinflussendes, multivariables, multinationales Dominion von Dollars. Petrodollars, Elektrodollars, Multidollars, Deutsche Mark, Gulden, Robe, Pfund, also jede Art von Geld. Es ist das internationale Währungssystem, das die Globalität des Lebens auf diesem Planeten bestimmt. Das ist die natürliche Ordnung der Dinge heutzutage. Das ist die Atomare und die Subatomare und die galaktische Struktur der Dinge heutzutage. Und Sie haben sich in das Spiel der Urgewalten der Natur eingemischt. Und Sie werden das wiedergutmachen. Verstehen Sie mich eigentlich, Mr. Biel? Sie erscheinen da auf Ihrem lächerlichen kleinen Bildschirm und wehklagen über Amerika und Demokratie. Es gibt kein Amerika. Es gibt keine Demokratie. Es gibt nur IBM und ITT und AT&T und U-Pont, Dow, Union Carbide und Exxon. Das sind die Nationen der Welt heutzutage. Was glauben Sie, worüber die Russen bei ihren Ministerratssitzungen reden? Über Karl Marx? Die holen ihre Linearprogrammierungstabellen raus. Statistische Entscheidungstheorien, Logarithmentabellen und befragen die Computer nach dem Kostennutzungseffekt ihrer Transaktionen und Investitionen genau wie wir. Wir leben nicht länger in einer Welt von Nationen und Ideologien, Mr. Biel. Die Welt besteht aus einer Gruppe von Konzernen. Sie unterliegt bestimmten Gesetzen. Unwandelbaren Gesetzen der Wirtschaft. Die Welt ist ein Geschäft, Mr. Biel. Das war so, seit der Mensch aus dem Urschlamm gekrochen ist. Und unsere Kinder werden es erleben, Mr. Biel. Sie werden sie erleben. Die perfekte Welt. In der es weder Krieg noch Hungersnot gibt. Weder Unterdrückung noch Brutalität. Eine riesige ökumenische Holdinggesellschaft, für die alle Menschen arbeiten werden, um einen gemeinsamen Profit zu erwirtschaften. Und alle Menschen werden an dieser Gesellschaft einen gewissen Anteil haben. Alle Bedürfnisse werden befriedigt. Angst und Schrecken werden verschwunden sein. Und auch Langeweile wird es nicht mehr geben. Ich habe Sie auserkoren, Mr. Biel, dieses Evangelium zu verkünden. Warum mich? Weil Sie beim Fernsehen sind, sieht um Kopf. 60 Millionen Menschen sehen Sie jeden Abend, von Montag bis Freitag. Ich habe das Antlitz Gottes gesehen. Dann können Sie das.